so da sind wir auch wieder mit der nächsten aufgabe nämlich spiele das letzte lockt ab wo müssen wir dafür hin nach kolossal raps ich hoffe jetzt erst mal dass da einige von uns landen weil es ist natürlich auf der route vom gegner macht halt wirklich ein gruppenkeile denn im solo modus wird da wahrscheinlich die hölle los sein weil halt viele zu racing müssen um die letzte aufgabe zu machen mit dem die dann muss man ja wieder zu ihm zurückkehren und noch mal dahin und noch mal gegner werden definitiv einige da sein so wir müssen zu der einen mauer hin da ist unser lieber race wir müssen hier runter zu der mauer hoffe ich dass mir keiner auf den keks geht und dass mich nicht wieder irgendeiner tötet oder sonstiges so das haben wir schon mal wir müssen ganz schnell einfach ganz schnell drücken anders geht es nicht ihr müsst wirklich schnell sein weil alle gönnen sich gar nichts also ich hoffe ich konnte euch mit der aufgabe helfen mal gucken was dann die nächste ist wenn ihr natürlich support da lassen wollt als kleine wiedergutmachung weil ich euch geholfen habe in gern leichter lassen gern abo da lassen und natürlich auch gerne mein creator code eintragen yt unterstrich family hack und in dem sinne sehen wir uns schon bei der nächsten mission und haut rein